Herzlich Willkommen zurück zu Folge 2 von Beast... Beast Town, yeah, mit Jonas und sonst niemanden um diesmal. Mark ist auch nicht dabei, ich weiß nicht, wo der ist, aber wir müssen eh mehr Folgen heute aufnehmen, weil ich... was... Hier hast du ein paar Stücke. Ich schnecke mir mal Holz hier raus. Ah, nein, wo ist der Schotter da? Und jetzt gebe mir mal so ein bisschen Iron Shit. Hier, Iron Shit. Ich gehe schon mal und baue weiter, ne, in der Höhle so. Baue schon mal ein bisschen. Ja, wir haben nur 18 Iron, da kann ich mir keine Rüstung vom machen. Ich habe noch 18 im Elementar, aber dann komm hier runter und dann gebe ich dir vielleicht was. Warte mal, wie hieß die so komische Machen? Es gab eine Maschine, mit der kann man Zeugs in Pulver verarbeiten, also Erze, und dann kriegt man doppelt so viele da raus. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Warte, war das... Warte, war das so easy zu machen, ne? Ich glaube, ich glaube, Macerator war das der. Wir machen hier gerade Standard Iron Shit erst. Der ist eigentlich easy zu machen. Der ist richtig easy zu machen, du hast keine Ahnung. Äh, ja, ich weiß mal natürlich wieder nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Oha, der verdammte Regen. Ich muss ihn leiser machen. Es ist Jonas' erstes Mal auf dem Server. Ich muss das auch leiser machen. Der ist schon weg. Achso, okay. Dann kann ich die Sounds wieder noch so lauter machen. So, und, ähm... Co-power, Amber, Coal. Ein... Wie ging der hier? Ach, Refined Iron. Und für Refined Iron brauchen wir das dann. So, warte. Ja, aber du bist ja schon der krass Experte hier. Ich stehe einfach mal komisch daneben. Du kannst ja, du kannst ja in die Mine gehen und ein bisschen Zeugs holen. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch während das Eisen hier brät. Ja, okay. Mach ich auch sofort. Aber jetzt will ich ein bisschen Fressen mitnehmen. Du hast keine Hose. Warte, ich mach dir eine, okay? Natürlich habe ich jetzt keine Hose. Ich habe nur eine Rüstung. Ja, du kannst das Eisen nicht nehmen. Wir brauchen das für den Mace Rater. Fünf Eisen habe ich noch. Soll ich das drin packen? Soll ich das auch zu Refined Iron machen? Ja, warte. Ich glaube... Fünf Eisen habe ich noch im Inventar. Ja, dann gib mal. Dann gib mir das. Ich mach dir eine Hose. Das kann Essen im Start, ey. Hier. Hier. Doch, ich habe... Ich habe alles. Ich habe ein Steaks Geschenk bekommen. Und ein Steak Eisen. Mehr nicht. Hat jetzt geschenkt, oder? Das Essen hat mir Brox LP geschenkt. Also Brox Place. Ich sage immer LP. Und ein Steak Eisen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube... Ich glaube... Acer oder irgendein anderer. Ich weiß nicht mehr genau. Geil. Ja. Voll die Freundschaften hier. Komm, wir gehen in die Mine. Okay. Komm. Wir haben gar nichts sehr, sehr weit gebaut hier. Jetzt wird noch gar nichts gemacht, ey. Wir gehen jetzt in verschiedene Richtungen. Ihr geht geradeaus. Ich gehe hier in die Seite, ne? Ja, okay. Das wird der coole Keller. Oder wollen wir auch wie im anderen... Oh, ich habe direkt Iron gefunden. Ja, habe ich auch schon. Zweimal. Ach, ich habe Iron hier. Sehr schön. Iron, Iron. Ich habe Steine. Ich habe dieses grüne Zeugs. Ich weiß nicht genau, wofür das ist. Ich glaube, für Magie. Aber ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ich baue die einfach ab. Und die geben viel XP. Und... Achso, das ist ein Bernstein. Gibt so viel Zeugs. Ich habe immer noch nicht... Ich habe voll viel Vitebys gespielt und habe immer noch nicht allzu viel... Warte, ich mache Hintergrundmusik an. Ich habe das letztes Mal vergessen. Ich habe Kom Vitebys gespielt. Warte, warte. Und ich habe... Überhaupt... Keine Ahnung. Egal. Ich hole mich einfach ohne Licht durch. Passt schon. Muss er dich auch nehmen. Ja, doch. Musst du wohl. Da sind rote Punkte. Ich bewege mich auf... Oh nein, das sind Wisps, Alter. Oh, bleib doch einfach lieber weg. Bleib doch lieber weg. Ich bewege mich gerade... Ich glaube, das ist das Grundstück von irgendjemandem. Ja, baue du nicht so weit hin. Siehst du auf der Karte? Siehst du halt auf der Karte? Ja, da sind rote Punkte. Okay. Aber wir haben hier... Was ist das für ein Erz? Zinn, ja. Zinn braucht man immer. Auch für Jetpacks. Also Zinn ist cool. Also sollen wir uns mal nach unten bauen, oder was? Ja, bin ich auch. Ich baue mich hier mal runter. Naja. Noch mehr Zinn. Ja, das habe ich gerade gefunden, ey. Wir machen doch eh alles gemeinsam. Ja, und? Ich bin es nicht gewohnt, mit dir zusammenzuarbeiten. Gut, ich grabe mich in diese Richtung runter. Wir graben uns in verschiedene Richtungen runter. Das ist sonst nervig. Oh, ich habe blaues Zeug gefunden. Ey. Ey, blaues Zeug. Das sind meine Saphir. Wir teilen doch eh alles, Jonas. Wir teilen es. Ja, und das sind trotzdem meine Saphire. Nein. So, ich möchte die haben. Geh mal weg von meinen Saphiren. Ich habe das Bewerbungsformular geschrieben. Ich bin hier der, der das alles so gemacht hat. Fritz, Schnauze. Ich habe jetzt Saphire. Wo geht es eigentlich wieder raus hier? Ich weiß es nicht. Es ist einfach welche hier übrig. Ach, da sind noch mehr Saphire. Ja, ich habe drei Saphire. Ich habe vier. Ich habe vier Saphire. Ja, ich habe vier Saphire. Ja, ich habe zwei Saphire. Was wollen wir aus den Saphiren machen? Schwerter, Spitzhacken? Ja, Schwerter und Spitzhacken und Xs und so. Alles halt Werkzeuge. Ähm. Was gibt es denn noch? Zinnen. Erstmal einen Maze Rater. Wir können ihn in... Ja, mach den Rest, Alter. Ja. Ich mache hier weiter. Das hier. Dafür Kopperkabel. Alter, ich brauche hier Licht, Alter. Ich brauche Fackeln. Mark hat nichts dabei, aber nein. Aber warte, ich mache dir eben welche. Das ist auch... In der Aufnahme ist das wahrscheinlich echt voll Kacke, wenn man ohne Licht rumläuft. Hier, Fackeln. Vor allem die anderen haben auch erst zwei Folgen oder sowas. Also wir können noch aufholen. Warum hat der eine so mega viel? Wer? Ja, ich weiß nicht. Die haben... Keine Ahnung. Hier, warte. Ein Typ war auf jeden Fall mega viel. Er stümt oder sowas, ne? Ja. Können wir ja auch jemanden machen. Ja, was machst du denn? Ich wollte mir hier eine Schaufel. Hier oben sind Erze. Hier sind Erze. Ja, ich weiß. Ich wollte mir hier eine Schaufel holen. Was machst du denn da? Hier ist Kupfer. Stripfer brauchen wir. Ja, ich weiß. Deshalb wurde ich mir jetzt auch eine Schaufel. Wir brauchen alle. Ja, wegen Kupfer, ne? Nein. Weil der Gravel war. Ja. Ach Jonas, du wärst ja doch schon lange vorbei, wenn du den mit der Hand abgebaut hättest. Das gibt's doch nicht. Ne, aber ich gehe doch. Das All-Find Iron ist fertig. Ich packe hier ein normales Iron rein, ne? Ja, ne, egal. Das ist sowieso genug jetzt fürs Erste. Ich habe es um die Kiste gepackt. Okay. Ich warte kurz, bis hier ein Eisen fertig ist, damit ich mir eine Eisenschaufel machen kann. Gut. Ich mache mir jetzt erstmal Saphir-Saphir. Kann man eine Rüstung aus Saphir machen? Ne, kann man nicht. Nein. Ich habe drei Saphire. Ich benutze die Schwerthammer. Ich weiß nicht für das Schwert, glaube ich. Ich habe jetzt ein Schwert und eine Spitzhacke. Ich hatte fünf dabei. Oh, du Hacker. Weißt du, ey? Wir machen alle zusammen, aber ich habe fünf Saphire. Ne. Du hast selber auch ein paar Saphire. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ja, drei Stück. Ja, drei ist mehr als zwei. Echt? Dafür hast du die. Jetzt geh mal weg von meiner Mining-Wonder-Safe. Alter. Außerdem dürfen wir nicht weiter als in unserem Grundstück bauen, ne? Ja, wusste ich nicht. Du weißt natürlich, wo unsere Kiste sind, ne? Ne, ich wollte nur diesen Gravit hier wegsnacken, weil der mir auf den Sack geht. Gut, dann baue ich jetzt hier gerade nach unten. Das wird wahrscheinlich nicht gut. Aber egal. Auf jeden Fall stört bestimmt niemanden, wenn ich den wegmache. Weil niemand braucht Gravit. Okay, ich baue mich jetzt lieber so sicher hier runter. Sonst endet das schon noch ein bisschen blöd. Na, ganz viel Zeug, ich kann jetzt gleich ein Feuerzeug machen. Wo immer wir das brauchen. Aber ich kann das bestimmt brauchen. Dafür irgendwas bestimmt. Oh nein, meine Spitzhacke ist kaputt. Übrigens, ich habe einen neuen Skin, ne? Für die, die das wissen wollen. Es ist ein Tintenfisch. Und wir haben ein neues Kanalbander, das ist super cool. Das hat uns der nette Herr Brox... Brox Place gemacht. Mein, ich krieg den Namen nicht mehr. Brox Place. Nein, der ist Brox LP. Das ist mir egal, wie er da ist. Das ist einfach, was ein geiler Kanal wird. Ich feiere das, das Bild. Das ist wirklich geil. Also, ich gehe auf unseren Kanal. Und dann ist da neben so ein Abonnier-Knock, den muss man drücken. Ja, und erst dann sieht man das. Ja, wenn er sonst eins sieht, dann ist das dasselbe zwar, aber nicht das richtig. Jonas, kannst du einfach ganz viel Holz hier runterwerfen oder direkt Leitern. Ich komme sonst nicht mehr hoch. Du Kupfer. Dann buddel da unten noch mal ein bisschen rum. Ich werfe dir gleich die Scheiße runter. Mach ich gerade, mach ich. Ich muss erstmal Holz. Ich hole erstmal Holz. Ich mache hier unten einen riesigen Keller rein. Und ich mache dir am besten schon mal Leitern, ne? Ja. Wie viele brauche ich denn? 64 vielleicht oder so? Das wird dann schon gehen. Okay, passt. Ich baue hier aber jetzt keine Tunnel, sondern ein... Oh, der Sieg bei mir ist mega laut. Machen die anderen Leute eigentlich hier. Gar nichts. Oh, ich habe Kohle gefunden. Wir haben hier acht Kisten. Inventdings, was soll das? Machen wir acht Kisten. Ja, aber für einen Lager... Wir brauchen einen Lager. Wir können auch mal Wegpunkte machen. Muss ich aufhören? Hör ich mal. Bye. Ja, okay. Er hat es vielleicht noch gesehen. Wahrscheinlich nehmen die hier alle auf, einfach bis die Festplatte ultravoll ist. Dann laden die erstmal für, was weiß ich, einen Monat immer hoch und dann... Ach, was weiß ich. Aber wir müssen jetzt auch im Voraus aufnehmen ein paar Folgen. Weil wir von Montag bis Freitag weg sind. Auf Abschlussfahrt. In Bayern. Ne Jonas, wird bestimmt toll. Ja, ich habe doch noch... Du kackst aber diesmal nicht daneben. Ja, trainier dich. Nicht, dass man nach Italien fahren könnte oder sowas. Ne, 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 ne. Macht ja niemand. Bayern ist bestimmt... Bayern ist cooler. Ja. Italien, ne, braucht niemand. Warum denn auch? Ist ja nicht viel besser. So, jetzt habe ich Cobblestone. Toll, ne? Hast du jetzt leider... Ja, es dauert immer noch mehr, Junge. Ja, ich mache dir gerade leider. Es dauert nur ein bisschen. Weil ich erstmal 1000 Stickys machen muss. Und wir dürfen, wenn wir 100 Meter weit weg sind, können wir alles, äh, holen. Also, uns Sachen suchen und sowas. Aber auch unter unserem Grundstück. Und da sind wir hier. Hoffe ich. Stimmt. Wo auch sonst, ja. Ich brauch das zu essen. So. Hier ist nichts mehr, das kann ich zubauen. Mal schauen. Ich habe recht, die 64 Leitern von mir. Das dauert nur noch ein bisschen. Warum ist die Musik aus? Minimal. Die muss doch unendlich lang weiterlaufen. Jetzt fängt es... Na, dann mache ich jetzt da. Ne, da. Ne, da. 64 Leitern hat leider nicht gereicht. Für vier... Okay, okay. Lass mich hier ruhig verrecken. Ich bin ja nur der von uns, der... Das hat es für 57 Leitern. Das reicht. Ich glaube, das reicht, ja. Eigentlich brauchen wir nur vier. Nein. Äh, dann werfen wir runter, ich will hoch. Ganz langsam. Meine nach der anderen. Mein Gott. Ist nur ein Regen der Leitern? Ja, das ist echt toll. Danke dafür. Lass die einfach liegen. Ich bin frei. Ich bin frei. Warte, ne, ich hole die. Autsch. Ja, danke Jonas. Weißt du, du versaust nicht nur mein Spielerlebnis, sondern auch das von den Zuschauern. Entschuldigung, ich habe eigentlich mal wieder da unten geworfen. Nein, ich hasse dich jetzt. Du Chiltains. Alles okay, Doki. So, da unten können wir dann schon mal so eine kleine Farm... Mal, dann mal hier ein bisschen... Mach die Kack dirt, mach die Kack dirt. Ey, machst du auch die Kack dirt. Komm, wir sind die einzigen auf dich sauber. Sollen wir trollen? Nein. Ich troll jetzt diesen Dragon... Friend. Oder wie der heißt. Ein Kunde, ja. Flying Dragon, Flying Dragon. Ich hoffe einfach, der kommt irgendwie auf das Video und sieht das, ey. Dann, hallo, Flying Dragon. Ich hoffe, du abonnierst uns. Dann können wir irgendwann mal zusammen im Team, hust hust, Hunger Games spielen. Wir haben den einfach die ganze Zeit versucht zu töten. Mehrere Spiele hintereinander arbeiten. Haben wir nicht geschafft. Aber immer in der gleichen Lobby. Warte, Kopf verschmelzt. Ich glaube, das ist jetzt noch unser Grundstück. Ich gebe hier ein bisschen Dirt aus. Okay, ich glaube, ich mache dann in zwei Minuten oder so das... Das Folge mache ich zu Ende. Ich mache die Folge gleich zu Ende. Okay. Boah, die haben Magie. Unter Dirt findet man ja immer wertvolle Sachen. Zum Beispiel... Soll ich mal den Mark machen? Natürlich. Mark nimmt natürlich die Haarkümmel. Danke, Mark. Ich mache jetzt ein kleines Feld, ne? Jetzt kann ich mir auch eine Spitzhacke unten links machen. Sehr schön. Merci! Oh, die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. Tschüss. Wollen wir jetzt noch eine aufnehmen, Jonas? Direkt so hinten dran. Ja, normal. Normal. Okay, okay. Tschüss. Bis jetzt gleich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Jo. Tschüss.